Hey, du kommst ja nicht rein. Ich bin der Tod. Ey, Klamottenarsch, Fressearsch, alles Arsch. Mach ab. Ja, aber. Nix aber, mit Waffen schon mal gar nicht. Abgang. Ich bin willkommen, dich zu holen. Alter, hol dir einen runter, ich muss arbeiten. Geht jetzt auf meiner Liste. Gästeliste hab ich selber und du stehst nicht drauf. Abgang. Nun, ich denke, ich hab's sowieso zu tun. Ja, ja, ja. Der tote Arsch. Ey, was dann? Ey, hier, du, hast du den ganzen Tag rum, oder was? Und deine Freundin ist dir scheißegal, oder wie? Meine Freundin hat mir streckt, die waren, die haben gesagt, ey, lass dich nicht mit so einem Dürken eine. Und ich hab mir so voll verteilt. Ich hab so voll gesagt, ey, was? Der ist von den Arsch. Und man ist jetzt verrückt und die ganze Sache rum, ne? Sogar wenn es los ist, am Sonntag. Ey, tot, warte! Ich komm mit. Und an.